Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an dieser Stelle. Wenn alles geklappt hat, wenn alles nach Plan läuft, läuft alles nach Plan, Leute, ja, dann sollte dieses Video um 6 Uhr morgens hochgeladen werden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ist es cool für euch, so früh morgens ein Video zu haben. Ich weiß nicht, viele von euch gehen heute zur Schule, viele werden es vielleicht auch noch vor der Arbeit gucken, je nachdem, was ihr macht. Die Arbeitslosen Grüße gehen raus an eine bestimmte Person, die wir jetzt einfach so sehen können, von daher. Schreibt gerne mal rein, ich werde auch eine Abstimmung um uns i machen, ich werde es nicht vergessen. 6 Uhr morgens, jeden Tag ein Video, ich habe wieder Bock feste Zeiten zu haben, 6, 12, 18 Uhr wären gute Zeiten, rein theoretisch. Schreibt gerne rein, was ihr davon haltet, ansonsten, Freunde, würde ich sagen, hören wir jetzt, was der liebe Sascha uns zu sagen hat. In dem Videotitel Verliebt, ich bin gespannt, Freunde, ich weiß nicht, was es ist. Sascha liest Kommentare, ich habe keine Ahnung, Ebay, Kleinanzeigen, Fails, ich weiß es noch nicht. Wir hören rein, los geht's. Heute ist endlich wieder so weit, heute wird gejodelt. Oh nein, Alter. Okay, und ihr meintet, ich soll weniger, pausieren, ich pausiere nach jedem Clip, ich versuch's. Luca hat mir ein paar Jodler zukommen lassen, das heißt, heute schnallen wir uns aus Sicherheitsgründen mal wieder an und halten uns fest. Ich würde sagen, erster Jodler, let's go. Was machst du beruflich? Ich arbeite mit Tieren. Oh, wie süß. Verliebt. Habe gerade meinen Bruder gefragt, ob er Lust auf Netflix und Chill hat. Was? Leute, Leute. Nein, hört auf damit. Leute. Darauf hat er mir die wahre Bedeutung erklärt. Oh. Weiblich 21? Egal. Ich reg mich nicht auf, es sind Menschen. Also, ich kenne eine Person, wenn diese Person eine Schwester hätte. Papa Palizze. Wäre er auf jeden Fall da und nicht abgeneigt gewesen. Ich, die Lücke sieht doch gut aus. Freundin, da passe ich niemals rein. Wir fuhren weiter und ein Airbus A380 schnappte sich den Parkplatz. On the road again. Hätte ich. Und auf den Schock erst mal rein in die Werbung. Mein RTL. Da Ray Shadow Legends immer noch kostenlos ist. Ihre Ray Shadow Legends, Freunde. Könnt ihr mit Steuern schulden dieses Spiel spielen? Ray Shadow Legends kann man auf dem Handy sowie auf dem PC spielen. Da habe ich so langsam gemerkt, auch mit den Online-Multiplayer-Spielen so. Na, langsam wird es kacke. Dieses Spiel ist extrem beliebt mit 15 Millionen Downloads in den letzten 6 Monaten. Das ist halt echt krass. Ich persönlich finde, dass dieses Spiel eine Elf von 10 ist. Vorab, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt endlich zum Gameplay. Oh nein, ich bin gespannt. Sascha! Piss dich, du! Warum kriege ich nicht solche Werbe-Deals? Bitte! Wer auch immer das sehen sollte. Ich mache gerne Werbung für alles, wenn ich es auch so machen darf. Was sagt dein Gefühl? Was glaubst du? Was sagt dein Gefühl? Big win, gucken wir. 3, 2, 1. Hast du eigentlich schon einen neuen Battle-Pass? Meinst du in Fortnite? Nein, Digga, in Raid. Huch. Gehe jetzt zur Videobeschreibung. Klicke auf den Link. Und wenn du ein neuer Spieler bist, erhältst du 100.000 Silber. Plus 50 Diamanten. Plus ein Energy-Film. Plus einen kostenlosen Champion. Schiedsrichter. Bruder. Leute, jetzt mal Real Talk. Real Talk, das macht Red Shadow Legends extrem sympathisch, dass die einfach so viel Freiheit den Influencern geben. Real Talk. Neue Spieler werden ihre Belohnung in der Inbox binden. Diese Belohnungen sind nur für die nächsten 30 Tage verfügbar. Mein RTL! Morgens um halb 10 in Deutschland. Schatz, wo ist mein Bier? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, da ist es nicht. Der Techniker kommt dann zwischen 9 und 18 Uhr. Ist in Ordnung, die Rechnung zahle ich dann zwischen März... Das Problem ist, das Problem ist, die Techniker kommen nicht zwischen 9 und 18 Uhr. Oder, wenn zwischen 9 und 18 Uhr heißt, sie sind um 18.03 Uhr bei dir. Um 18.03 Uhr bei dir. Und beschweren sich dann auch, dass sie kurz vor Feierabend bei dir was machen müssen. Ach. So ein Dezember. Fühl ich, feier ich, würde ich genauso tragen. Hab gerade auf Tinder meine Mitbewohnerin gefunden, ne? Oh, jeins! Was? Was ist ein Super-Like? Was ist ein Super-Like? Leute, gebt mir ein bisschen Nachhilfe. Ich hab das letztens mal gesehen, auf dem Handy. Ich weiß aber nicht... Ey, Leute, was ist ein Super-Like? Heißt also wahrscheinlich dann sowas wie... Hey. Jetzt slide ich in die DMs, oder was? Und ihr direkt ein Super-Like gegeben. Fünf Minuten später ruft sie aus der Küche. Haha, träum weiter. Was eine geile... Ehrenmann. Traumfrau. Verliebt! Sag mal, habt ihr auch das gleiche Problem? Seitdem ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, reinigen sich die Zimmer nicht mehr von selbst. Ist meine Wohnung defekt? Ist defekt, Bruder. Kein Problem, ich hab da die perfekte Lösung für dich. Respekt, Abstand ist wichtig. Nein. Nein! In unserem Freundeskreis gibt es einen Sven. Ich hab die Story gesehen von Monty. Ich hab mich sehr totgeladen, als ich das gesehen habe. War eine sehr gute Story, Freunde. Ich hab mir überlegt, auch so was zu holen. Da hab ich gesehen, die kosten 200 Euro. Und da hab ich auf meine Bank runtergeguckt und gesehen, da sind keine 200 Euro. Der seit kurzem eine jüngere Freundin hat. Er heißt jetzt der Svendler. Und weißt du, worauf ich am meisten stolz bin? Auf meine geilen Fans. Wenn Aladin auf seinem Teppich fliegt, ist er dann abgehoben oder auf dem Teppich geblieben. Bruder. Paradoxon. Bruder muss los. Bruder muss los. Ehre. Du kannst ein Verschwinden, ziehst es durch, lässt deine Frau und Kinder zurück, startest ein ganz neues Leben in Italien. Und dann klingelt nach 20 Jahren Julia Leischig an deiner Tür und ruiniert alles. Wer, ja ich wollte gerade sagen, wer von euch kennt Julia Leischig, Alter? Vermisst. Vermisst. Wiedergefunden. Schwiegereltern und Tochtern finden sich wieder nach 20 Jahren. Du hast einen Heilbruder aus Uganda. Namens Uga. Der sucht dich seit jahrelanger. Seit jahrelanger Mission kämpft er sich durch den Dschungel. Den suchst du. Kein Ohr. Und ich wünsche allen meinen weiblichen Zuschauern noch alles Gute nachträglich zum Valentinstag. Danke. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls ihr euch das Video gefallen habt, würde ich sehr gerne nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auch... Abonniert wirklich auch mal Realtalk an die, die bei mir schauen. Es haben wirklich 60% Leute, ich kann jetzt nachgucken, mein Handy aber nicht hier. 60% von euch, die gucken, haben nicht abonniert. Warum? Ist mein Gesicht so hässlich? Okay. Naja, ich kann es schon verstehen. Sorry. Es wird... Warte, warte, warte. Es wird die Ehrenbruder Basis. Ehrenbruder Basis. Ehrenbruder Basis. Ein Abonnement für mich da lassen. Ich will sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Das ist so die perfekte Länge. So 4, 4, 4 bis 5 ist optimal, Alter. No joke. Harry, Papa, Palette, Potter. Ja? Freunde, ich würde sagen, das war es auch schon mit diesem wunderbaren Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt das originale Video ab. Und dann sehen wir uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh. So wie immer. Und ciao.